ins oder sechseinhalb sind es waren jetzt geht es aber los hier 28 bei uns 29 30 31 31 31 oh mein gott was tut so die 231 es war halt wieder die 233 das ist glaube ich unser beider lieblings bändchen so wo waren wir 39 und dann ist fertig 39 Isi, ey, seine Prank. Isi, mach's gut, schlaf gut. Dass du da warst. Schlaf gut, schlaf gut. Ich hab meine meine Prank. Zähn wir mal runter. Über die Prank. Die Prank retour. Fertig werden. Dann nochmal los. Ich også muss es sich jetzt abbrechen. Aber wenn es an der Prank du bingst, Das war's für heute. 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 And the winner is... That's a his chat. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich werd von dem Auto träumen. Jeder wird von dem Auto träumen. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Dankeschön für zehn Hütten. Maka. Vielen Dank. Ich hab's für heute. 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 Ja. Zippur. Ich versteh's auch nicht so ganz. Aber wie gesagt. Das ist schon das ganze Rennen mit denen. Und deswegen hab ich die halt dann auch immer als ... Ja. Also nicht wie in einem Endurance Rennen gefeiert. Sondern gegen die eigentlich immer so gefahren wie in einem Sprintrennen. Ich hab eigentlich gegen die dann immer voll reingesendet. Ich dachte dafür, nee dann auch egal. Ja. Das ist halt das Problem mit der blauen Flagge, ne? Natürlich, dass wir halt da ... im Disconnect hinterherfahren. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das hat nichts damit zu tun, ob er schneller ist oder nicht W, der Lounge Car on the left, clear on the left, faster car behind you Ja, vielen, vielen Dank Leute auch für die Follows hier Ne, das war ein anderer Bände, der fährt da vorne Ich hab den jetzt ein bisschen Platz gegeben, dass ich meine Zeit fahren kann Sonst rammle ich den hinten ein Ja, vielen Dank Ja, vielen Dank Kamerplatz 28, ja, weil der in der Box war Ah ja, der Unfall ist so ärgerlich Gehen wir davon aus, es hat wirklich Zwei Runden, oder für mich ist anderthalb Runden gekostet Da wären wir jetzt halt irgendwo so bei Platz 21, 22 Ah, ja, oder 22, 23, sagen wir mal so Ach, warum musste ich mich da auch reden, ey Warum musste der da in mich reinfahren, besser gesagt Was lese ich da, Grossenbacher, da ist doch dieser Remo Ja, aber gleich weglasern, Alter Piu, 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 piu Andere Ferrari sind irgendwo hinter uns mittlerweile Die haben auch nichts, ich glaube wir haben ein bisschen Probleme gehabt, die haben auch dieses Weinreisen Drei Runden hinter uns mittlerweile, sagen wir mal zweieinhalb Runden Krass, waren halt mal fünf Runden vor uns, ne, muss ich euch mal vorstellen, also Ich glaube wir haben schon echt krass viel wieder auch rausgeholt, das darf man auch gar nicht so verkennen Helmes, keine Ahnung wann das nächste 24 ist und wo Ich habe aktuell gerade kein Endurance Rennen auf der Agenda, kein weiteres Aber ich habe genug andere coole Sachen, die jetzt die nächsten Monate anstehen, also Mal gucken, mal gucken Ich bin Bitte Danke, Zipur Besserer. Fahrer, auf der Seite. Besserer, auf der Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 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 27,3 Machst du schon Plus 1 drauf? Das ist mit Plus 1 schon, ja Ja, 27,3 26,6 Ja 26,9 Ja Und 26,4 Das sind die Lottozahlen der Nacht Bist du damals die F1 Season mit Riva etc? Äh, nein Also ich bin generell glaube ich noch nie in der F1 Season irgendwie irgendwo mitgefahren Also wir hatten selber mal So eine Art Multiplayer Season Aber das war mehr so ein Let's Play Pro-Projekt Vor Jahren Wann war das, wo fast der P2-Renner gewonnen hat? Hä? Achso Ja, egal Den sind wir was ganz anderes Boah, ich hoffe, Ava kommt bald Ich bin sehr müde Ich bin ins Bett Aber sieht's mir auch an, ey Ja, Uzi, jetzt Ich hab's verstanden Augenringe bis zum Mond Ja, und darüber hinaus Und drück Das Problem ist, ich hab ja auch von Äh Donnerstag auf Freitag Hab ich nur eine Stunde gepennt Das ist halt nichts Und von Gestern auf heute Hab ich immerhin Acht Stunden gepennt Aber ich glaube Dieses Donnerstag auf Freitag Nagt mir noch so ein bisschen nach Glaube ich Ich glaube, sonst wär ich ein bisschen später jetzt Aber man muss auch sagen Ich bin jetzt halt sechseinhalb Sechseinhalb Stints Oder beziehungsweise Ich hab's fast sieben Und Jetzt hier gefahren Und Baffers ist alles andere als Baka flockig zu fahren Also ich glaub, dass das ein bisschen Sehr Sei mir gestattet Oh, aber du bist ein Engel, ey Oh, willkommen Ich bin so müde, ey Hört man gar nicht Hört man gar nicht Oh, ja, nee Ey Wahnsinn Und was Interessantes passiert? Ah, leider Ähm Guck mal, ich find Habt ihr den Clip nochmal? Ich glaub Mit dem Clip sagt Mehr als tausend So, oder? Äh, vorsichtig, da steht einer Weg jetzt Shoutout an den hinteren Mannen, der das auch rechtzeitig gesehen hat Wurde ich bei dir geclippt? Eigentlich wurde er geclippt, ja, aber Mein Chat ist nicht so aktiv Ich hab den Clip grad nicht auf der Hand Wir warten noch jetzt Einfach bei dir Ja, irgendwas so mit Irgendwas safe und dann Geiler safe, harte Realität Ja, genau das Oh shit Oh nein Ja, genau das Auto war komplett Schrott Ich hab ja auch gleich Spiegeleiflagge bekommen Oh ja, stimmt Und, äh, hab mich dann auch bergab Ich hatte gar als Auto Lenkrad komplett schief, ne Ähm Und hab mich dann auf den Bergwunder nochmal gedreht Ich konnte es nicht fangen, das Auto war unfahrbar Mhm Stand da natürlich Auto nochmal ewig Und dann halt Zwei Minuten 40 Boxen Stoppzeit Das hab ich noch nie gehabt In ACC so viel Ja, uff Ja, also, ich glaub, das hat halt echt zwei Runden gekostet Oder so nochmal Ansonsten wäre aber jetzt Äh, ich glaube, ansonsten wären wir echt, äh Richtung Ja, Richtung, äh P20 schon unterwegs Jo, krass Aber, aber sei's drum Wir holen trotzdem auf Das holen wir wieder rein Also, sonst Sonst war meine Pace echt stark 1,3erzeiten gefahren Ähm, aber ja Machst du nix Ich mein, ich hab's gesaved eigentlich Oh, dass der dann halt hinten rein Donnert Ich mein, der hat auch ne Drive-Fru dafür bekommen Ähm Dass der dann hinten rein donnert Da kann ich dann halt auch nix machen Mal wissen Aber ja Äh, aber ist, äh, gerade auch Warum Ja Oh, krass Ich bin aus dem Bett raus Achso, äh, Quatsch Äh, ich hab mich wieder geredet Ich bin noch nicht auf dem Discord Äh, nee, auch nicht auf dem Discord Ich hab' ja gesagt, dass du da bist, ja Ja Ja, diese hat jetzt der Gradboxeshop gemacht Also der hat jetzt noch einen kompletten Stint Dann wärst du aber dran Ja Ah, jetzt müsste es sogar bei deinem Stint Müsste es dann sogar schon mit den ersten Sonnenstrahlen beginnen Auf jeden Fall Ich glaub, so ab fünf fängt's hier an Und Wetter ist mit der Sonne schon wieder Ah, okay Relativ Ich bin nämlich im Trainingserver, äh Am Donnerstag Bin ja wie so lang trainiert Und da bin ich mitten in der Nacht gefahren Die ganze Zeit Und irgendwann wird man doch hell Also Nicht um fünf, sechs Uhr Wird's wieder hell tatsächlich Und dann genau in deinen Doppelstint rein Den guckt da ruhig mal weg Bremsen Wenn dann nämlich wieder steigen Äh, Abstände Ja gut, die 28 ist es Genau die 16 Sekunden vorne dran Und 20 Ja, das ist die 1, 2, 3 von grad eben Das heißt, wenn die jetzt in die Box geht Dann sind wir wieder da dran Ich denke einfach halt Durch die verschiedenen Boxenstopp-Verschiebungen Ist das halt grad'n bisschen schwierig Ansonsten jetzt ohne den Boxenstopp-Verschiebungen Einfach mal von mal ein bisschen rächen Einfach mal von mal ein bisschen rächen So, also da musst du immer aufpassen Da könnte immer einer stehen Aber sonst sind wir eigentlich immer überall gut ausgewichen Also wir hatten eigentlich glaube ich sind Fresh oder so Das ist ja auch von mal ein bisschen rächen Ich bin ja Und dann können wir eigentlich immer Das war's. rade vorne keine ahnung was das war mein pc hat einfach neu gestartet ich habe ich habe abt cc gestartet auf einmal werden meine bildschirme schwarz beziehungsweise eine bildschirm hat display display port modan schon erlebt und ich so hörst du mich noch und dann nix mehr stünde und auf einmal startet der pc neu habe ich auch noch nicht er sei jetzt noch mal wieder alles auf das hasse ich auch immer wege stream oder irgendwas vorbereitet wir also ihn legt da kommt irgendwas ja bitte neustart doch nein nicht die und und es ja und Ja, sobald du die Drücke hast und die sie dann zu tun kannst, dann aber pennen. Jo. Wollte ich ja grad machen mit den Drücken. Jaja, ne, alles gut. Dann erstmal Handy ausschalten und dann sagen Ciao. So lange du im Spectator-Vodus gehst. Jaja. Ne, 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 das ist halt auf keinem Fall alles. So, festen. Und drücken. Doch bin ich da. Ja. Das Schöne ist, das Zimmer ist jetzt auch deutlich kühler geworden als wie gestern Abend. Ja, ich hab tatsächlich den ganzen Tag, wenn ich gefahren bin oder so, den Balkon offen gelassen. War echt gut, ehrlich. Das ist hier sogar viel zu kalt, ehrlich gesagt. Ja, ich konnte nicht immer das Dachfenster offen haben, weil es angefangen hat zu regnen. Ah, okay. Äh, Schubis Bruder, ähm, sie fährt noch den Stint, dann übernimmt aber. Doppelstint. Und, äh, sind ja dann auch schon ein letzter, oder? Oder fährst du am Ende noch mal ein Stint? Das ist dann auch schon ein letzter, oder? Oder fährst du am Ende noch mal ein Stint? Das ist am Ende noch ein Stint? Das ist am Ende noch ein Stint. Ja, das kann man dann spontan hier entscheiden. Inwiefern aber ein Vierer sind. Eher richtig. Easy going, würd ich sagen. Tatsächlich um 6 Uhr morgens ist schon schon eine Dämmerung. Äh, äh. 5. Ich hab ab 5, irgendwann von 5 bis 6, das ist auf jeden Fall schon, dass es nicht mehr so dunkel ist. Ich mein, das siehst du jetzt, glaub ich schon. Also, ich glaub, wenn du jetzt zurückspulen könntest, würdest du sehen, dass der Himmel viel helleres Blau jetzt hat und vorher komplett Pechschwarz war. Mhm. Also, jetzt schon am heller werden. Heilige Scheiße. Bin voll weg in die, jetzt von der Couch geflogen, bin auf den Teller geflogen. Gott, Himmel hab ich mich reingekackt. Ja, Noel, so ist das. Wenn man, äh, ne? Ja. 56 Minuten noch bis zum Fahrerwechsel, Chat. Ja, die hat ja erst drückt. Aber du hast dann richtig geile Temps dann, glaub ich, bei den 2. 17, 17 sind zumindest das erste Mal jetzt. Aber ich glaub, der Server ist ein Grad wärmer, weil eigentlich hätte es bei mir 13, 13 durchweg sein müssen. Ah, okay. so. Ich glaub, das ist ja was ein bisschen. Weil jetzt sind wir schon bei 15, 15, also es wird jetzt schon wärmer. Geil. So, oh Gott. Ich fühl mich noch wie ein Schluck Wasser in den Armen. wenn meine Arme sind ich habe noch überlegt, ob ich heute also Montagabend irgendwie noch Formel 1 oder so aufnehmen möchte aber ich 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 spiele halt auch noch nicht gerade mit schwachen Vorsicht, weg kann es weg mir dann schon noch, aber Wer first hat schon ein paar Bumbleys stellen muss, weg gerade dann noch mal rumwirft ja, deswegen ich hatte vorhin dann, äh vorhin, also gestern ein paar Prozentpunkte aus dem Vorsicht weg aus der Schnecke rausgenommen ja, ich habe auch weniger als normal extra für das Rennen, aber es ist halt trotzdem ja, wohl wahr schnipps ist da, aber Chips drin und die sind quer durchs Zimmer gefahren, jetzt darf ich auch rum ja, da ist ein Staubsauger oder so wenn das geht worst case wäre natürlich, wenn du jetzt so'n nicht so'n Stoff, sondern also so'n haarigen Stoffteppich oder sowas hast dass die jetzt schön dazwischen drin kleben, Chips X im Leben nicht mehr raus radisi holt rüber auf und von der Mann nice, aber es sind auch schon ganz schön viele runtergegangen naja, es haben so viele aufgegeben also in dem her aber das lassen wir uns nicht in die Fahne schreiben wir geben die auch oh, wen sehe ich denn da vorne? Kekkeru, oder? riecht nach Platz 28 da waren wir schon mal boah, ja, egal weiter geht's aber nicht Boxenstopp bereinigt mein Lieber doch, doch wir waren 27 Boxenstopp bereinigt nein, waren wir nicht waren wir doch? ja, ja, dann musst du in Ray ja äh 36 hinlegen und von einem Bender ja, man kann nicht auf genug 27 sein Ray ja, richtig merk dir das du bist auch schon über 30 schon richtig das ist richtig absolut wir fahren also so gesehen in unsere Jugend jetzt ok, Google ist noch ein bisschen entfernt, aber du weißt, das ist ja alles Ziel ne? ja, dann wird's Zeit nicht im Chat zu schreiben, sondern äh da mal direkt zu putzen eigentlich würde ich wissen Gott ey, ich könnte nicht mal mehr normal reden oder? ähm nicht wissen, wieviel Zuschauer tatsächlich gar nicht zuschauen, sondern einfach halt schon eingeschlafen sind aber halt in der Stream alle, alle die schon am Plan sind, bitte im Stream mal kurz was spielen haha 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 ich bin geantwortet keiner hat doch noch alle wahr oh sie, sehr stark ja ich werde euch aber trotzdem demnächst in naher Zukunft verlassen weil nicht müssen, sondern wollen ich gebe auf ca. 45 AFK ja ich auch schon ihr gehört, chat check Das ist alles gut. Sehr schön, sehr schön. Alle. Ich gehe im Bett, aber pende nicht. Ah, das ist aber schon die Vorschläge! Also wenn ich bis ins Bett liege, dann maximal 5 Minuten, dann wäre ich weg. Alle Zahlen auf Italienisch jetzt. Jetzt schreibt man die anders auf Italienisch. Ja Dash, danke dir. Aber das ist auch das Training, glaube ich, was ich da halt als Trago, weil... Ja, also gerade so streng wie Bethes oder auch die Notchlife oder so. Erfahrung natürlich untersetzlich, aber halt natürlich auch wenige. Einfach das Vertrauen ins Auto zu haben, da kannst du auch pushen. Ich glaube einfach, ran jetzt wie Bethes auf den Berg. Ich glaube, sobald du kein Vertrauen hast und dann schon eher Angst hast vor den Wänden oder so, halt echt knicken. Du kannst so von mir sprechen, aber bei mir ist es so, ich gehe halt voll maximal an die Wände ran, weil ich aber auch kein Schiss habe davor irgendwie. Wenn ich Vertrauen habe, hey, das passt schon. Man muss auch, glaube ich, echt sagen, also, wenn man mal so die Trainingshörer beobachtet hat, jetzt die letzten zwei Wochen, also, die Leute haben schon echt, äh, echt viel reintrainiert, so. Tebel, hör auf dich zu wehren. Ich komme. Und dann wird geheatet. Ich glaube auch, für einen vermeidlich schwächeren, jetzt wurde es nur hart reintrainiert für die Splendor. Eigentlich kann der auch schlafen gehen, der Ferrari-Kind. Jaaaa... Ich hab halt schon ein gegenteiliges Safe. Jaaaa... Nee, aber... Weil Arbeit jetzt noch auf dem Server ist... gerade nicht zu bekommen. Gerade auf der Strecke nicht. Ja, aber vor allem jetzt um die Uhrzeit. Ja, ja. Aber es hilft schon, genau anzusagen, wo jemand steht. Ah, und du riechst ja, Honda wurde wirklich disqualifiziert, ne, der vorderen Stelle. Oh! Ja, ich hab's noch nicht so ganz verstanden, was war. Anscheinend haben sie escaped. Und die Rennleitung sagt, escape ist komplett verflucht. Weil ich mich dann halt auch wieder frage, was ist, wenn du jetzt einen kompletten Schaden hast? Warum sollst du da nicht escape? Hm. Du kriegst ja eh ne Zeitstrafe von... ...ATC-Auto. Boah, Mann. Wenn es deren Regeln ist, okay, aber... Also ständig auf Überholspur oder auf Aufholjagd zu sein, ist aber auch die etwas andere psychische Belastung, Alter. Ja, das ist halt dauerhaft vorliefern, ne? Ey, das ist halt wirklich so, mit Bremse 2. Ja. Das ist halt echt keine Ruhe, nix entspannen, boah nix. Herr Bachfisch, ja, dann hoffe ich, dass du schön schön... Auf allerletzten Rille bremsen. Ja, escape! Meine Waden fühlen sich an wie Steine. Ich sage dir. Ja, Dash, äh... Äh, ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber tu das, du wirst deinen Spaß damit haben. Hey Waden, habt ihr Bremsen gewechselt? Switch Prime ist... Äh, ja, 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 das hab, äh, als die sie mir übergeben hat, haben wir's gewechselt. Alles klar. Haben wir's gemacht. Jo. Ja, dann noch mal zum... Trotz Reconnect ungefähr die Hälfte dann. Jo, richtig. Jo, Bachfisch, wie gesagt, wir fahren halt immer noch so diesem Disconnect ein bisschen hinterher. Ähm, klar, hier und da gab's auch mal ein paar Unfälle. Die sie musste ja einmal, einmal, äh, extra nochmal rein. Irgendwann am Anfang mal. Und ich jetzt halt, mittelbar davor halt. Ähm, das hat natürlich nochmal dann ein bisschen zu gut geholfen in der ganzen Aufholjagd geschickt. Aber, ja. Stubidator, dankeschön für deinen Fahrrad. Ähm, Thema oder das Ziel ist natürlich verändert. Weiter push, 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 push und, äh, maximal Aufboteil rausholen. Gucken, wo wir am Ende landen. Ich sag mal so, wenn wir jetzt die letzten sieben Stufen das echt noch Richtung Top-Quandy schaffen, dann wird das natürlich in höherer Leistung. Aber, das ist wie gesagt, das wird nicht klappen. Weil, die können auch alle schnell fahren. Wie schon gesagt, wir haben echt viele richtig in was rein trainiert, also... Ist schon in der Summe... Hält. Diff, Master, dann geht ihr. Gehst du dich hin, oder... Wollen wir kämpfen? Okay. Kein Bock. Geet. Ja, natürlich. Rennteam. Kann ich euch empfehlen. Aber das ist ja dann auch so eine... Da wird Rennintelligenz nämlich Rose geschrieben. Ist ja dann auch so eine Mentalitätsgeschichte. Ich mein, du siehst ja, wie viele... Der Roman ist nämlich den ganzen Stress aus dem Weg gegangen jetzt. 44 sind gestartet, sind noch 35 dabei. Also... Halt schon neun Teams, wie haben wir gesagt haben. Also, alle... Ich sag, eins wurde bis kollektiviert. Aber die dann halt einfach aufgegeben haben. Klar, weiß man natürlich nicht. Ja, was man nicht retten kann. Entrylist zerstört oder irgend sonst was. Gibt ja alles. Ähm, ja. Aber ich denk halt immer am Ende des Tages... Fährt man da ja mit, weil man halt gern fährt. Dann ist die Position zwar auch immer schön und was erstrebenswertes. Aber... Es geht ja eigentlich um... Das, was... Gerade tust. Oder was die sich jetzt gerade in dem Moment... Ja, hat's... Fahren jetzt wieder unglaublich viel Bock gemacht. Und unglaublich viel Spaß. Die ganze Atmosphäre mit... Jungs und euch. Und... Warum sollte man dann sagen wegen so einem Disco... Ja, gut. Jetzt können wir nicht mehr Erster werden. Hier. Machen wir. Hören wir aus. Ja. Das finde ich eben auch so furchtbar, wenn Team... So sind. Ich finde es halt unsportlich auch allen anderen Teams. Man zieht's einfach zu Ende. Ist scheißegal. Also, wenn so lange man fahren kann, fährt man. Fertig. Weil... Anderes Beispiel. Du fährst ein mega geiles Rennen. Läuft alles super perfekt. Und am Ende des Tages... Disconnecten einfach alle anderen. Weil sie halt sagen... Oh, ich hab jetzt keine Chance mehr. Und dann bist du halt so der Letzte noch... Feld und gewinnst natürlich. Hättest auch so gewonnen. Aber du willst so gewinnen gegen... Vielleicht jetzt andere am Ende des Tages. Und nicht... Gegen halt vielleicht gar keinen mehr. Weil alle dann gegangen sind. Also jetzt... Vertrieben gesagt. Aber... Probiert mich nicht, was ich meine. Und deswegen finde ich das immer auch nur sportlich gegenüber allen. Und zum Durchziehen. Ich glaube, das ist jetzt wie in die Oberzesse. Ich glaube, das ist jetzt wie in die Oberzesse. Geht, die sind jetzt gerade auf der Gegend gerade, fahren jetzt auf die Schnelle rechts. Und dann auf die... ...letzte Sprake. Helbe Runde. Mal gucken, dass wir beim nächsten... ...hin. Haben wir eine Zeit für P27? Nicht gerade dabei. Okay. Die sind aber noch in der selben Runde, die sind unmittelbar vor uns, mehr oder weniger. Ja. 26 Sekunden. 26 Sekunden. Was waren die für Rundenzeiten aktuell? Ich gucke. Letzte war eine 2-3-1. Okay. Ich beobachte es mal. Jo, danke. Hallo Rami, ich wünsche dir viel Spaß beim Gratis-Karussell. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof formuliert gewesen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof formuliert gewesen. Wir sind keiner von uns, das liegt mal langsam. Egal. Ihr wisst, wie ich meine. Ja. Ey, upgrade, du sprichst doch zu DZ. Oh, sorry. Okay. Okay. Ähm. Ich meine, Team Pace ist halt sehr gut. Ähm. Alle sind nah beisammen, so. Für starke Team Paces. Es gibt ja Teams, wo einer halt super krass schnell ist. Einer halt doch deutlich langsamer als der Rest oder so. Und das haben wir halt gar nicht. Eine. Jetzt kommt's rein. Und das ist jetzt ein wahnsinnig. Aber, dass der ganze Zeit auch noch nicht spürt, ist, auf der halt. Ich bin jetzt nicht in der Zeit aber dafür. Wie mache ich mich? Ich bin jetzt noch nicht in der Zeit. Und das ist aber nicht mehr so. Ich bin jetzt schon in der Zeit. Das ist jetzt nicht mehr so. Aber es ist nicht mehr so. Der wird ja eine Sekunde aufgeholt und der vor uns eben ist auch dann wiederum nur zwölf, also in Anführungsstrichen nur zwölf Sekunden vorm 26. dann wieder weg. Okay. Ich bin jetzt aber da, wenn ich so sehe, okay? Ich bin da, ja. Alrighty, dann würde ich nämlich jetzt einmal sagen, ich denke, ich rufen. Alles klar. Dann kriege ich die beiden unteren Service spotten. Ja. Dann schon mal, aber auch vorneweg an, an, an euch alle. Scream bleibt natürlich online, ihr hört auch alles weiterhin noch und ich komme halt zurück, sobald ich halt zurückkomme. Ich kann es noch nicht sagen. Vielleicht verschlafe ich auch alles Restliche noch, wer weiß. Nee, das nicht. Also, ich würde jetzt schlafen gehen, aber es da, Drücke gebt ihr dann durch und, ja, halt die Ohren steif. Go, go, go. Schlaf gut, Ray, nimm dein Handy, bitte, man. Ja, ist schon ausgestellt. Nee, ich gehe jetzt eh in Spectator, aber auch, aber ja, ich habe es dabei. Okay, nice. Ja, guten Morgen an dich, ja, du stehst auf und ich geschlafen, ist doch ein perfekter Schichtwechsel, oder? Hältst dir jetzt den Chat sauber. Und an alle anderen, die natürlich weiter zugucken, ey, vielen, vielen Dank für den Support und, ja. Und auch an Dizzy im Chat euch auch, die Nacht, ja, dann wird sich... Aber Radio Check, Check. Was hat Dizzy jetzt gesagt? Radio Check, Check, zu dir. Ja, anwesend, guten Morgen, Dizzy. Guten Morgen, aber... Also, aber ich sage schon mal, äh, acht. Ja, kurz Nächle. Das ist ein Gedächt. Vielen, Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder eher FETZ. Norami, das ist ein Ferrari Evo GT3. Bzw. GT3 Evo. 488. So, an die Schätze von Michel und Ray. Euch habe ich leider gerade nicht offen. Komm mal an, aber... Äh, das wäre einmal... 26,9? Ja. 26,4? Ja. 26,8? Äh, ja, Moment. Ja. 26,5. Jo. Perfekt. Wollen wir gleich nochmal zur Kontrolle an, nochmal durchgehen und gleich die erste Kurve, was hier was. 26,9, 26,4, 26,8, 26,5. Korrekt. Moins. Sprit, das ist auch schon nachgefüllt. Ich erinnere nicht, mach ich gleich. Also, ich verset mich. Nummer 4. Ja. 4. 8. 4. 4. 6. 9. 11. 11. 11. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, fuck. Gaining on the car, I need something to do. I need something to do. No, in 30 Sekunden hast du glaube ich jetzt nichts verpasst. Wir kommen Platz 27 immer näher, sind aber 15 Sekunden. Okay. 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 Ich bin immer wieder begeistert, was der menschliche Körper dann alles so noch machen kann im Halbschlaf. Mhm. Mhm. Okay. 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 Jetzt nicht nachlassen. Okay. 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 Brot, Wolf, gute Nacht, Mager. Bis später. Alter, das ist soo krass heute. Verdammt, die Scheiße. Das ist halt echt keine Sekunde, wo du mal wirklich Luft holen kannst. Moinsen, Mager. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich bin ja auch wieder da. So, Will, Will. Hallo, Rami, Dankeschön für ein Zappmacher. So, ich bin ja auch wieder da. So, ich bin ja auch wieder da. Das war's für heute. Das ist doch immer wieder ein Abenteuer, beim Bremsen zuvor zu machen. Man hat immer so das Gefühl, man scheiß nicht gleich in die Hose sind. Das ist halt wirklich so. Ich habe so viele Haferflocken gegessen, so gefühlt jede fünfte Bremsung habe ich immer so, oh, 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 jetzt geht aber, oh, oh, oh. Du hättest bloß keinen Haferflocken gegessen. Ja, dazu habe ich aber auch noch vier Äpfel gegessen, Maga, da geht aber alles heute hinten rum. Ja, das ist eine teuflische Mischung. Okay, jetzt kommt der Berg, ich bin ruhig. Okay. Ich bin ruhig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie gesagt, ich denke mal drei Runden. Also die und dann noch zwei. Alles klar, copy. Jetzt noch zehn Liter drin. Okay. Wee! Nett, jetzt habt ihr mich nicht gehört. Ich habe eben Kurzform erläutert. Verdammt. Also Kurzform. Nach dreieinhalb Stunden hatte ich Disconnect auf Platz 12 liegen. Wir hatten dann einmal zwischenzeitlich davor noch eine Durchfahrtsstrafe kassiert gehabt. Dann nach dem Disconnect lagen wir dann auf dem letzten Platz. Sieben Runden haben wir irgendwie verloren. Wir hatten aber eine Runde Rückstand auf dem vorletzten. Seitdem können wir uns zurück. Und dann sind wahrscheinlich noch ein paar Dinge in der Nacht passiert. Wie so ein 360 oder sowas. Das wird aber dann, wie sie alles, ausführlich und in schön erklären. Das war jetzt mal die Schnellform und Kurzform. Ich glaube, das war dann noch ein paar Dinge. So wie denn, dann schau guckst du? Ich schau dich. Ich glaube, das war ein bisschen. Ich bin vielleicht gleich. Mal wie, ja. Ich bin vielleicht nicht mehr. Ich bin vielleicht vom Bedrohler, aber noch ein bisschen mehr. Und nun, ich bin mir einfach nicht mehr. Ich bin wirklich dafür. Ich bin mir einfach nicht mehr. Ich bin mir einfach nicht mehr ist. Ich bin mir einfach nicht mehr zu sein. Soll ich Risiko fahren? Ich habe jetzt noch vier Lieder drin, dann komme ich jetzt rein, ja ich würde glaube ich mit 4,3,7 über die Stadt ziel fahren. Ja, dann müssten sie mit 3 fahren zum Nord, besser ist sicher auf sich, sicher ist sicher. Oh, fuck my life. Diese ist fertig. Ja, ohne Scheiß, also Ray und wir sind halt wirklich jetzt die letzten sechs Stunden nur Quali-Pace gefahren, also wirklich wie die Bescheuerten. 10, 9, 8, 7, 6, muss noch Gas geben, 4, 3, 2, 1, 2. Obwohl ich auf dem Gas stand. Viel Spaß aber. Gott, danke, danke. Ich geh jetzt erstmal die ersten Runden ein bisschen langsamer an. Oh, fuck my life, ich bin so tot. Okay, ich bin offiziell wirklich, ich bin tot. Oh, Mann. Gib mir mal kurz eine Minute zum Aklimatisieren. Oh, das war schnell. Ich bin anderthalb Sekunden schneller als das letzte Butthirst-Rennen gefahren, Chad. Nee, nicht anderthalb. Eine. Eine Sekunde schneller als das letzte Butthirst-Rennen-Durchschnitt. Oh, fuck my life, ey. Oh. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, komm. Yo, er ist auch schon wieder abblockieren lassen. Schöner Stint. Danke fürs mitnehmen, die Zellul-Egi-Lav. Oh, danke schön. Och. T-Rex, ey. Oder, ist ja, warte mal. Oh. Rex, danke schön, Mager, für zehn Hütten. Vielen, 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 vielen Dank. Ey, schon von oben bis unten nass geschwitzt. Wirklich komplett nass. Vielen, 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 vielen Dank, Rex. D-Donations-Katze. Dankeschön auch an dich für 38, nee, 96 Monate. Vielen, 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 vielen Dank. Ich habe Muskelkater im Trizeps, Chad. Ich habe Muskelkater im Trizeps. Okay, mein Panorama ist, also ich bin sechs Stunden gefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Körper meldet sich, also mein Handgelenk ist, äh, tut weh, mein Knie auch. Na ja. Kann ich dich kurz zwei Minuten alleine lassen? Jo, klar. Okay, dann bin ich gleich wieder da, aber. Sollte ich gehe mal ganz kurz, äh, aufstehen, mich ein bisschen strecken, äh, nochmal. Sobei, greifen drücke. Äh, nochmal kurz eine frische Luft und dann bin ich gleich wieder da, ja. Und dann können wir uns wieder unterhalten, wobei, ich glaube, ihr, viele von euch schlafen gerade, ne. Die Frühschicht kommt gleich. Nicknacks, äh, ich erzähl dir dann gleich, was alles passiert ist. Und dann können wir uns wieder da, ja. Ich erzähl dir dann, was alles passiert ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, ich bin noch nie so ein Rennen gefahren, echt nicht, ich habe mich heute verausgabt, sage ich euch, so wie es ist, darauf erstmal frühstücken also unser rennen heute sah wie folgt aus erwartet disconnect weil internet komplett ausgefallen ist war auf dem server drauf und hatte leider so fahren ray hatte sein handy nicht mit und war irgendwie eine küche sich was zu essen machen und dann standen wir zehn minuten in der box rum weil wir alle nicht neu drauf connecten konnten und das hat uns zurückgeworfen auf platz 41 wir hatten crashes ohne ende tts durchgekriegt also die crashes waren eigentlich immer naja es war halt jemand im weg es war leider unvermeidlich also man hätte da nicht wirklich was machen können also vielleicht bei einem so aber bei allen und seit ich glaube 20 stunden oder 19 stunden 45 sind wir am ackern dass wir wieder nach vorne kommen also wir sind am schaffen und machen und machen und ballern und ballern und ballern und ballern wie geistesgestörten also ich glaube wir fahren heute alle sehr schnell weil ja noch mal ein 360 hingelegt in der nacht weil er war wahrscheinlich auch am ende irgendwann konzentration weg und da ist uns auch noch mal einer richtig reingenagelt dann danach also er ist nirgendwo eingeschlagen und dann ist ihm eine volle esse hinten drin geballert top speed ich bin auch noch einem reingefahren auf skyline heute den habe ich komplett weg gebeamt also der hätte eigentlich weg fliegen müssen bis runter ins tal aber hat er dann doch nicht gemacht naja zwei dt zeltet es noch passiert nach dem dc habe ich unfassbar lange im verkehr festgesteckt also bestimmt einen halben stint oder so bin gar nicht aus dem arsch gekommen also konnte keine pace fahren nur zwei vierer der michael hat auch noch mal richtig gekämpft heute aber der müsste jetzt eigentlich dann auch bald aufstehen und ja das war eine sehr verrückte sehr sehr verrückte nacht oder sehr verrücktes rennen aber wir haben durchgezogen wir werden auch durchziehen bis zum ende mal gucken was noch geht wir pushen so soweit wie wir können nach vorne wenn wir nicht ändern war heute nicht mit uns matze darkshadow moin frisi grüßt ihr auch hallo mag das er mich grüßt ihr auch moin ja also da muss ich auch wirklich ich selber zugeben das ist das erste rennen weil es was richtig richtig körperlich anstrengend ist 26 ist mit uns in derselben runde da habe ich fast zugefahren das ding das dann die die den abstand der ist jetzt noch also jetzt nach boxen stopp eine minute vor uns wir sehen die aktuellen also eine minute ungefähr laut pitball ich weiß aber nicht wie aktuell pitball ist und aber fährt ungefähr auf mercy aber fährt ungefähr die kunde schneller das war noch gucken was heute noch und 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 also das ist also wirklich das ist 24 schon richtig anstrengend das ding das richtig anstrengend das ist das erste rennen wo ich sage das war das hat alles gegeben da wurde alles gefordert heute und das sage ich echt selten aber das hier hat alles abverlangen wollen der regen wäre einfach das wäre der killer gewesen heute ich hoffe mal michel kommt bald ich würde mich gerne würdet ihr nicht auf 20 kommen wenn jetzt alles gut läuft die fahren vor uns auch alle ziemlich schnell eine ahnung also kann ich dir nicht genau sagen da muss auf jeden fall der rennen gott muss mit uns seit mann müssen wir sehen also möchte ich auch gar keine aussage zu treffen weil wer weiß ob der rennen gott zuhört und uns nicht dann gleich noch mal wieder panten aber ist egal also alles was wir jetzt noch plus machen wer mega und wir haben einfach richtig gekämpft wie löwen heute also trotz der großen rückschläge also diese richtig krassen rückschläge haben wir uns wirklich sehr sehr gut geschlagen schön regen wäre doch jetzt was ja das wäre toll er bestimmt eine milliarde kalorien verbrannt heute beim sim racen regen kann es nicht geben die regenwahrscheinlichkeit eisenherz ist bei 0 prozent also regnen kann es nicht jetzt kann nicht regnen das wäre auch zu viel des guten also die strecke schon allein so 24 stunden fahren ist ist schon schwer genug sie schon beim zusehen die hölle Also fahren ist schon ziemlich geil Muss ich sagen Wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen Ich glaube, es gibt Schönere Autos als die Ferrari Also ich hatte mal Das Setup, was ich eigentlich dafür hatte, war sehr Ruhig und bequem Aber nicht so schnell wie das hier Und das hier ist schon wild Das Setup ist schon sehr, sehr wild Also man kann es fahren Aber ich sage es so, wie es ist Dieses Ganze, also du fährst ja Wenn du aufholen willst, bist du ja wirklich nur unter Strom Da hat es auf Dauer echt ganz schön anstrengend Also mir hat eben gerade am Ende Auch so doll die Hand wehgetan Und fahren Aber man muss ja auch dazu sagen Wir sind ja auch nur zu viert Zu fünf wäre das ja wieder noch ein anderer Schnack Da würdest du ja Müsste ja nicht jeder sechs Stunden fahren Aber jetzt fährt ja jeder sechs Stunden Und das ist schon ganz schön Das haut schon rein Also Ray hat glaube ich noch über sechs Ich habe auch schon über sechs glaube ich Weil ich den einst durch den Unfall länger gemacht habe Also Fick die Hände ey Aber es ist trotzdem ein geiles Gefühl Wenn wir nachher über Start und Ziel fahren Sag ich euch jetzt schon Dass wir es nicht abgestellt haben Und aufgegeben haben 500 Runden sind wir Ja, habe ich auch gerade gesehen Er und Axel Boyne Aber er holt auf Auf P6 Mal sehen Auf P6 P5 P6 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 Also geschlafen, Ehrenachsel Wir müssen nachher erstmal noch eine ganze Batterie Giveaways machen, Chad Dadurch, dass gestern so viel passiert ist Oh, oh, oh Oh, die 110 Oh, hier habe ich den vorhin weggeschossen Die 110, genau den Den habe ich wirklich Oh, die stellt sich noch da hinten quer Das ist schön, Axel, das freut mich Habe ich Giveaways gehört? Ja, wir haben jetzt noch Wir müssen eigentlich noch Glaub ich, vier Sauerkrautsgutscheine haben Ein Goodieback haben wir noch Und dann haben wir noch Ne, zwei Goodiebacks haben wir noch Aber da muss ich nachher erstmal kurz Korrespondenz halten Mit Sapi Wie viel der schon rausgegneidet? Aber wir haben noch so viel Zeug, das müssen wir nachher erstmal rausgegneidet Äh, Freezy Also das Gute daran ist halt der, der musste nicht immer unten rechts auf die Drehzahl Besser gucken und hast du das visuell im Auge Und das ist ein voll schönes Feature für den Stream Was ist ganz gut Jaa Also ich mein wir sind von 42 auf 27 vorgefahren. Das ist in dem Fahrerfeld schon eine gute Leistung. Also die Leute fahren alle richtig gute Rundenzeiten. Da vorne ist die 26, Chad. Belasste 150 Meter Schild wurde abgeräumt. Ich glaube, die hatten einen Unfall. Die müssen einen Unfall gehabt haben. Die sind gerade richtig rapide runtergefallen. Obwohl, der ist eine 2,5 gefahren. Dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Boah, ich freue mich so auf die Dusche nachher, ne? Wenn Michel da ist. Nix Englisch duschen, ne? Aber ich muss richtig duschen. Ich bin von oben besonnen und nass. Ich stinke richtig doll. Alles wirklich. Ja, das war... Woos er wäre, aber... Uff. Ah, danke, Geberhörnchen. Das habe ich nicht im Blick gehabt. Das wäre jetzt noch der... Der Hit gewesen. Michel um 7.30 Uhr. Da müssen wir noch eineinhalb Stunden warten. Obwohl, Michel kommt ja vorher. Also... Die... die 25 geht auch noch ein bisschen das meda können wir noch machen jetzt können wir noch machen aber knapp hat sich langsam an das ist halt das ist halt richtig krass wie schnell die alle fahren ich habe halt wirklich gedacht dieses war ja nice hast einen sprung gemacht fährst 22 und entfernen fahren in dem rennen hier fast alle 22 hast aber im endeffekt gar nichts gemacht das ist schon ungewohnt dass jetzt hell ist das ist wirklich meine augen gar nicht mehr klar aber knapp setzt sich ganz ganz langsam ran 26 ja das schon richtig aber die sind schon ziemlich schnell bauen die die leute also ich meine 25 26 vor fährt auch schon ziemlich gute zeiten das ist schon echt eine abgefahren renn pace hier mit 22 da ist schon echt schnell das ist schon ganz schön ja 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 wenn wir den jetzt auch noch kriegen junge ganz schön geackert also dann haben wir die ganze das macht ganz schön geackert da wir komplette runde zugefahren war ich gar nicht und auf 25 wohl war auch auf sorry wenn ich mich hier gerade so rein schlägt ich mache gerade so ein bisschen jay willi sie ist ja noch fit aus also geht wirklich gerade ich würde lieber gerne duschen gehen aber geht gerade nicht ja wir kommen näher 25 ist auch also 25 schon noch ein bisschen bisschen weg aber da kommen wir auch und 20 ist eine minute 36 vorne sie wäre ich jetzt schon der schnellste ferrari ja 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 aber aber knuspert sich daran Luz back, Luz back, Mäuschen. Luz back, Mäuschen. Lovely is mine. Ja, jetzt ja. Danach ist nichts mehr passiert. Also mit dem Internet. Hey, Black, moin. Hi, guten Morgen. Warst du draußen? Warst du ganz kalt? Hast du auf draußen geschlafen? Warst du draußen geschlafen? Warst du draußen? Warst du draußen? Warst du dann? Gehen wir? Gehen wir? Gehen wir? No. Wie oft wir den da vorne schon überrundet haben heute, ne? Also zurückgerundet haben. Alter Vater. Also den habe ich glaube ich schon allein viermal überholt oder so. Ne, stimmt nicht. So eine Lüge ist eine andere. Nevermind. Hab nix gesagt. Wie liegst du eigentlich hier jetzt? Moin Wolf. So eine Lüge ist. Ja. Guck mich nicht so doof an. Leg dich hin. Ich mach dir ein bisschen mehr. Ah, schön. Wir arbeiten zusammen. Alles gut. Disqualifiziert, Weedie. Wer wurde disqualifiziert? Oder ist das vielleicht auch doch der beste? Äh, Escape-Regel, Weedie. Wir haben wohl irgendwie Escape gemacht, aber ich weiß auch nicht genau. Ist nur Hörensagen. Okay, Weedie. Wir arbeiten. Wo steckt denn eigentlich der Bruder? Äh, what? Wait. Hä? Ich hab eine Sekunde nicht... Hat er uns durchgelassen? Ich hab eine Sekunde nicht hingeguckt. Hat er sich verbremst? Ah, okay. Mit Schnauzen... Was ist denn los? Schnauzen los? Schnauzen los? Geht's dir nicht gut? Du krank. Du Katzenschnupfen? Man merkt dann einfach noch, dass er schön frisch ist. Ich schnauze noch mal überlegen, ob ich mich vielleicht noch mal ein Stündchen zum Schläfchen hinlege, irgendwie. Damit das nicht komplett für den Arsch ist, heute der Tag. Ich bin ein Stündchen zum Schläfchen. Die Lin Moinsen. 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 Wenn sie schreiben könnten, würden sie bestimmt aus dem Bezeichnung Speedy in den Chat eingeben, um sich die Sachen anzugucken. Hinten, ich grüße dich. Moin. Quatschende Moinsen. Der Audi ist dann auch gar nicht so weit weg. Obwohl der Audi ist noch eine Runde vor uns. Die Lin Moinsen. Wenn wir jemanden DC gehabt haben, kommt wohl gleich wieder. Denk ich mal Quatschende. Oder jemand hat aufgegeben. Hallo. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, Quatsch, Ende, wir haben uns ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und 24 ist auch nicht so weit weg aktuell. Quatsch, Ende, wir haben uns ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja, das stimmt, Deli. Aber er ist auch gerade aus dem Bett gekommen, also der hat ausgeschlafen. Aber er hat ausgeschlafen, ist topfit. Ich hoffe nur, dass Michel nicht verpennt. Nein, ich habe gerade keinen Raffel. Nein. Ich glaube, das ist doch völlig random. Sag mal, ich wollte gerade einen Raffel. Jetzt hätte ich, glaube ich, mitgekriegt, ich wäre hier ein Raffel gewesen. Vielleicht will Weedie was verlosen. Bestimmt. Das ist gut, Weedie. Nicht schlimm. Hashtag Elberato. Moins. Ah, falscher Gang. deswegen Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg Tschüss, raus, Peace, Schubi, Gute Guten Morgen, Klepp gut wieder aufgeholt Glückwunsch Danke, Aures Macht das Shadow viel Spaß und danke Aures für 21 Aber macht echt guten Meter Danke, Aures Dadurch holen wir noch auf auf den Vordermann Er fährt aktuell 234 Also wir sind jetzt in derselben Runde wie 24 und 25 Also zumindest laut Pitball aber Pitball hängt eh hinterher da sind wir noch 26 also theoretisch sind wir die nächsten zwei Vords in derselben Runde Ich weiß nicht, habe ich den Maus? Nee Aber wenn ihr mal auf den Bildschirm guckt seht ihr da die für euren Support und eure Unterstützung und in diesem Sinne sage ich jetzt Die einzelne vier Tschüss, raus, Peace, Schubi, Gute Das Jahr voll Jawohl Die einzelne vier, die jetzt rechts an der Seite da hoch fährt das ist die das ist die 24 Speedman Dankeschön für 12 Aber muss glaube ich bald rein Sag mal, aber wie lange musst du noch? Äh, vier Runden drücke habe ich schon eingestellt später habe ich schon eingestellt und den Reifen und Satz habe ich auch schon eingestellt Okay, dann habe ich gar nichts gesagt Du bist übrigens schon relativ nah an der 25 äh, vier Ja, nice Ja, dann wird es echt Zeit, dass Michel langsam mal auftaucht hier Ja, sind jetzt noch zwei oder drei Runden Ja 7.30 Ja, 7.30 wird ein bisschen eng 7.30 könnte ein bisschen eng werden Als ob Michel joggen geht Es ging, Hulle Es ging Ja Ja Ich kann noch zwei Runden fahren Fädelchenfrost Viel Spaß auf Arbeiten Oh, ich will so gern duschen gehen, ne Ja Ja Mary, grüßt dich Aber Ich kann aber nicht alleine lassen Wenn der irgendwo auf dem Berg oder so Kacke am Schuh hat Aber der fährt eigentlich relativ safe Also wäre schon möglich Ich fahre ihn gleich mal Ich muss echt aus meinen Klamotten raus Das ist nämlich nicht mehr schön Das ist ein bisschen eklig Da kommt die Sonne raus Äh Ja, memory tank schon Ich weiß noch nicht Ja, den Joghurt habe ich gegessen auch Vielleicht gehe ich noch mal ein Stündchen schlafen oder so Ich muss erst mal warten, bis Michel da ist Vielleicht gehe ich dann noch mal eine Stunde schlafen Weiß noch nicht genau Also jetzt gerade bin ich ein bisschen müde Also Schon gut Müde So, Box, Box, Box Äh, aber sag mal Wenn du jetzt hier gleich reinfährst Kann ich dich mal fünf Minuten reinlassen? Ich muss echt mal duschen Äh, ja, klar Kriegst du hin? Ja Krieg ich hin Ich fühle dich dann so In seinem eigenen Saft zu sitzen Für mehrere Stunden ist schon nicht so geil Ja, ja, kann ich nachvollziehen Ja, ja, kann ich nachvollziehen Ja, der Berg vor der Tribute Oh, die Sonne kommt hoch Das wird jetzt im nächsten Sinn richtig eklig werden Geilein wird dann blind gefahren Das macht dein Körper doch automatisch Ja Maybe 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 So, aber dann lass ich dich jetzt kurz alleine, ne? Dann gleich wieder Ich beeile mich Geh, jo So, Chat, ich lass euch auch mal Alle, alle Chats Lass ich erst mal ganz kurz alleine Äh, ich geh fix mal mich duschen Und gleich wer da Yes, direkt hoch Und was zu füllen Ja, wir sind dann Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Merci. ... 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 Also Skyline ist jetzt richtig schöner Blindflug. Boah, ich glaube nachher, ich gehe auf jeden Fall noch mal eine Stunde schlafen, Chat. Das sage ich euch jetzt schon, kurz vorm Finale dann. Gehe ich nochmal, wenn Michel da ist, gehe ich mir nochmal ein Stündchen. Ich bin so im Eimer gerade. Oh, pfff. Dritter Satz Klamotten an heute. Läuft. Äh, fünfeinhalb Stunden noch kochen ist. Fünfeinhalb Stunden geht es noch jetzt. Ich habe mir gerade Apfel reingeknistert. Der hat geputscht. Ja, ich habe vorhin auch schon zwei gegessen. Ich habe von gestern zwar heute vier Äpfel gegessen und, äh, äh, Haferflocken. Bei mir ist richtig Partyalarm, du. Ja, Rumpel, wir machen schon, wir geben schon Gas. Wir hauen schon ganz schnell rein. Also wir haben schon gut was geschafft. Das kann man nicht anders sagen. Let's see, moin. Oh, boos hat wohl Crash gehabt. Aber ich finde es abgespaced, wie krass der Server ist. Ach, hallo Marius. Danke an euch alle für euren Support. Humpel, danke schön für neun Monate, Macker. Ich bin übrigens nicht wacher. Wer hat gesagt, ich werde wacher vom Duschen? Wer hat das gesagt? Stell dich. Tret vor. Nee, Shadow, ich bin nicht wacher geworden. Muss kalt duschen. Der Kalte habe ich nicht über das Herz gebracht heute. Du wirkst ein bisschen wacher, Herr Born, ey. Ich bin jetzt, jetzt bin ich richtig im Eimer. Ich mach drei Kreuze und der Michel da ist und denke ich erst mal, denke ich schlafen. Eine Stunde oder so. Aber ich bin so am Arsch, das könnt ihr euch gar vorstellen. Boah. Ich rede hier im Eimer gerade. Jetzt wo das ganze Adrenalin aus dem Körper ist. Boah. Eiswürfel in die und der Buchse. Na klar. Ja, ich gehe nachher noch mal ein Stündchen und mache ich noch mal ein Powernap und dann komme ich zum Rest wieder und dann machen wir Grand Finale. Ich hoffe nur, dass Michel nicht verschläft. Das wäre ja richtig scheiße. Aber auf Michel ist eigentlich verlass. Da muss ich kurz schwärmen. Ich habe Jalousien in meiner Wohnung. Also, nee, nicht Jalousien. Ich gehe in der Rollladen. Also, ich hatte vorher nie welche. Ey, es ist so dunkel im Schlafzimmer. Du kannst unten die Uhr einfach nachthaben. Das ist so gut. Oh. Das Haar hinten noch dran machen. Portierung. Was würde denn passieren, wenn Michel verschläft? Ja, dann muss ich fahren. Dann muss ich fahren, Deli. Silenzio. Oh, schön, wenn du die Toaster unter die Dusche nehmen. Äh, 7 Uhr 45, so in dem Dreh, fängt sein Stind an. Oh, schön, jetzt muss ich heute mit dem Dreh. Oh, schön, jetzt ist es in der Walken. Am then, da ist es schon mal ein. Ich bin halt, der Ohne aufregend. Oh, schön. Oh, schön, jetzt ist das mal. Oh, schön. Oh, schön, jetzt ist das Mal. Oh, schön, jetzt ist das mal. Oh, schön, jetzt ist das mal. noch ein bisschen hin aber schon langsam könnte auftauchen sonst ist das so wie mit Niklas letztes Mal und das ehrlich gesagt brauche ich nicht nochmal was meinst du mit Wechsel Fiesta ach so da kommt der Mercedes schon angerührt von hinten können wir auch mal wieder fahren Mercedes aber die Ecke die ich da mitgenommen habe hat keinen Schaden verursacht hat sowas getroffen oder was? ich bin der Meinung an der Bentley-Kurve 4SL wo habe ich links diese kleine Mini-Ecke die da hervorsteht leicht touchiert zumindest fühlte sich das im Auto so an aber laut Anzeige habe ich keinen Schaden ja dann ist ja gut ja wie die wie die schlaf schön kannst du mal die Rangliste aufrufen ich habe gerade nicht ich habe Katze auf die Arme gerade ich habe Katze auf die Arme 10 laps aufrufen 10 laps aufrufen Und da ist er so schnell. Gib Gummi. Die ballern ja auch wie die kaputten. Also die sind A gut durchgekommen und B ballern die wie die kaputten. So kannst du dir kein Rennen angucken, da wird dich schlecht bei. Was machst du denn? Wo willst du denn hin? Oh, deiner Schwusik. Ja, lass mich den Arm rausnehmen, dann mach ich so. Du tust gerade so, als würdest du spazieren fahren. Ich? Ich fahr nicht mal. Ich guck nur zu. Basta ist so moin. Ich guck nur zu. Ach so, ja gut, die fahren halt noch mal schneller als vier, eine Sekunde, anderthalb. Also, da ist schon ein bisschen mehr Ballett noch bei denen. Ich guck nur zu. Ich guck nur zu. Ich guck nur zu. toxik schönen morgen was geht also wie gesagt die vorne was fahren die für zeiten 21 also da geht halt einiges mehr ja jetzt aber davon waren wir aber auch noch zehn minuten in der box zehn minuten sind ja schon für bunden ja 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 das macht vier ausschlagen dts, unfälle, da kommt so viel zusammen da kommt so viel zusammen nachher, was sich dann aufaddiert ne, mich ist noch nicht wahr gut 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 Genau, der Chat, der fragt gerade das Richtige. Ist mich ja schon wach? Äh, nee? Wie viele Runden hast du noch? Äh, 17. Noch ist genug Zeit, aber er muss ja noch seine Drücke erfahren. Also, Michael sagt um 7.30 Uhr laut Stream. Das ist ganz schön knapp bemessen. Das habe ich ja auch gesagt. Aber ich schreibe ihm mal eine Nachricht. Jo. Morgen. Ach, wir haben gerade von dir gesprochen, Mensch. Ist das so, ja? Ja. Wir haben uns gerade gefragt, ob du schon wach bist. Ja, natürlich bin ich schon wach. Das ist gut, dass du dich noch nicht gemütet hast. Jetzt weiß ich, dass Michael auch schon da ist. Sehr schön. Wie lange habe ich denn noch? 17 Runden. Äh, so 17 Runden circa. Also eine halbe Stunde, okay. Kannst du, äh, gut gemütlich deine Drücke rausfahren. Guten Morgen, Chat. Hoffe, ihr habt gut geschlafen. Oder auch nicht. Das ist die falsche Begrüßung. Guten Morgen, Chat. Es ist September und Fish Prime ist keine Crime. So, jetzt bin ich wieder da. Ah, ja. Ah, ja. Na, wenn schon, dann schon. Rumpel, sabt gleich mal rein darauf hin. Vielen Dank. War gut, oder? Danke schön. Aber man merkt, dass Dizzy müde ist. Ey, ich bin komplett im Eimer, Mager. Ich muss, ich hab so sehen, ich hab noch nie so sehnlichst auf dich gewartet wie jetzt. Äh, why? Ja, weil ich noch mal schlafen gehe eine Stunde. Ach so. Ich hab nur zwei Stunden schlafen. Da ist jetzt vier, weil ich hab gestern noch gewartet, bis Lisa zu Hause war. Naja, dann hab ich noch zwei Differenz. Danke, Hummel. Vielen lieben Dank. So, warte mal. Ich muss jetzt erst mal schnell Chatwerk machen. Hui. Koch, du willst in deinem Boxenmenü, also in deinem Boxenstopp-Menü, willst du den nächsten Fahrer aus. Du fährst in die, äh, in die Boxen, und dann, ähm, wird das Auto übergeben, quasi. What? Äh, äh. Was hast du denn gemacht? Das FBA hat an der Pio geklopft. Wow, du Arsch. Rumpel hat's gleich zerlegt. Hab ich gesagt. Ich muss da kleiner Drücke rausfahren, da muss ich mich jetzt beeilen, mit Kaffee trinken. Einen guten Morgen, Gruß aus, aus der Küche, Ehrenachsel. Wir sind übrigens 25 selber, ach so, weißt du, bestimmt. Hab ich schon gesehen. Ja, 24 und 23 sind in der Nähe. Das FBI, Schwenling. Ne, warte mal. Ted, Tedrick, was? Ted, Rick, Claire. Ted Ricker. Ah, ich krieg's nicht zusammen. Grüß dich, Kano. Ted Ricker. Okay. Ich brauche jetzt immer Disney, um deinen Namen auszusprechen. Das ist für mich... Krieg's nicht hin. Ted Ricker. Ne, mit T. Ja, Ted Ricker. Ted Ricker, ja. Hab ich schon gesagt? Ha! Hab ich schon gesagt? Wie sieht's denn überhaupt aus? Wie weit können wir denn nach vorne kommen? Oh, oh. Platz 22 noch an derselben Runde. Ja. Perfekt. Platz 21 ist auch nicht mehr so weit. Also theoretisch ist bis 20 noch drin. Alles klar, Ted. Mach ich. Ich hab ja eigentlich erst gehasst, dass ich erst um 8 ins Auto muss. Ja, ähm... Also, äh... Da ist noch so ne Kleinigkeit passiert heute Nacht. Ja, ich hab das schon gesehen. Sir Fock hat mir dazu geschlagen. Wer? Sir Fock. Hast du gestern nicht mitbekommen? Ne. Why is he flashing me so much? Ah, fucking dumbass. Hat das einer ins Stream gemacht? Das ist der Fock. Ehrlich? Ja, ja. Weil ich ihn so übrigens geflasht hab. Weil er dich nicht... Ach so, oh. Der war auf Platz 4. Ich hab halt die ganze Zeit Lichtspiele gemacht. Ach so. So gut. Ich hab mich schon immer geschmissen, weil ich das gesehen hab. Der ist bei Diking im Team, oder was? Äh, Platz... In dem Bentley waren die, ja. Ja, genau. Ja. Oh. Ah ne, schon lustig. Schon lustig. He wants his Fock fame. Hat er noch gesagt. Was hat er gesagt? He wants his Fock fame. Hat er noch gesagt. Ach so. Ja, ja. Plus gut, dass ich zu dem Zeitpunkt doppelt so viele Zuschauer hatte wie er. Das war so gut. Ich bin der Typ irgendwie... In manchen Situationen finde ich den echt genial. Der ist halt nur am Meckern. Der ist noch schlimmer als Ray. So, ich geh jetzt noch fix einer rauchen, dann fahr ich mich warm und dann geht's scharf. Ich hätte nicht wieder einschlafen. Nicht, dass das FBI wieder vor der Tür steht. Ja, dann müssen wir jetzt mal den Clip angucken, ja. Ja, 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 ja. Ich meine, er startet gut und er ist Quinten als auch. Es ist einfach so, wie die Focken, du musst dich ein Böscher senden hier und dann sind wir in silence und ich werde finally find. Come on, buddy. Fuck, he quatscht me all day und now you're time gonna go. What the fuck, man? Hahaha, was ist da los? Now fluck your bike. Such a silly fuck, man. Like, what do you miss that? Haha, wegen Flash? Hahaha, upsie. Morgens, Garib. Uh, Chad, da ist die 24. 24. Meine Fretz haben wir geackert, ey. Ja, halt Mittel-Sachen wieder. Das Übliche. Das Übliche. Von dem, von dem netten Herrn aus dem Clip mit Vollspeed in Ray reingezimmert. Also Ray hat nichts berührt, keine Wand, gar nichts. Ist super, hat sich super gefangen. Und dann siehst du nur auf einmal, wie so ein Bentley kommt. Krach. Rein ins Auto. Aber volle Esse. Ja, das hat uns denn wieder zwei Minuten Repairzeit gekostet. Zwei Minuten 40, um genau zu sein. Ja, der hat eine DT gekriegt dafür. Ja. Ja. Da. Ja. Ja. Naja, dieses 2 Minuten 40 Reparaturzeit meint jetzt nicht geil. Da haben wir nämlich alles das, was wir die ganze Nacht rausgefahren haben, wieder verloren. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, und dann haben wir das wieder rausgefahren, ja. Wir haben heute so viel rausgefahren. Ich glaube, wir haben heute mehr rausgefahren als alles andere. Zabek, danke schön für 2 Monate. Mars Loniana, danke schön auch an dich für deinen Prime. Oh, ich will mich immer hin. Ich will ins Bett. Ich möchte noch 2 Stunden schlafen, Luis. Noch circa 10 bis 11 Runden. Ja, Michael ist gerade irgendwie, weiß ich nicht, kacken oder sowas. Okay. Der hat die Ruhe weg. Kübischmichel. Wer sind die Besten? Na, wir. Oh, wir sind 24. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Holy fuckeroni. Das weiß ich, hier ist noch drin, Chat. So, Chat 20 ist noch drin. Jetzt mal ohne Scheiß. So, bloß mal zur Aufklärung, was ist in der Nacht noch so passiert? Bloß mal für mich nicht. Ray hat ein 360 gemacht. Ja. Und zu hervorgestern hinten drauf gefahren. Ja. Volles, voller Esserin. 2 Minuten fühlt sich Stehzeit. Ah, fuck. Ja, ansonsten haben wir alles gegeben, Michael. Also wirklich, wir sind durch, also wirklich durchweg konstant 2 0. Geradeausgefahren. So. Wie sind jetzt in Gamezeit? Äh, 27. So. Packen wir dann noch mal kurz die Temperatur durch. Mailen. 18, 18. Eigentlich bin ich auch übelst im Sack. Eigentlich bin ich auch übelst im Sack. Was glaub ich dir? Grüß dich, Moins, Chat. Äh, ja, es waren 45. Mann. Ich mach hier Wolken runter, ich bin gut drin. Wollte ich die Temperaturen noch stellen, hab ich den Prozent der Wolken runtergestellt. Gigi. So, das sieht gut aus. Ja, super viele Lupo sind ausgeschrieben. Was? Lupo ist denn hier mitgefahren? Lupo heißt jemand, Lupo Freibier. Ah, 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 okay. Ich muss mal gucken, wie das jetzt, ah, hier startet noch das Auto, erster Gang, Pitlimiter, Gas geben und raus. Und mich ist so viel, ich hab's gemacht, äh? Ich hab's mitgekriegt davon. Wir haben wohl nicht genug, sonst hätte er mir das schon gezählt. Ich hab's mitgekriegt davon. Untertitelung. BR 2018 Oh, die Sonne steht eklig. Mmh. Direkt Skyline. Grüß dich, Luca. Moin. Moin, Luca. Tag auch. Mal sehen. P20 noch machbar. Ja, theoretisch ja. Tipp, grüß dich. Guten Morgen. Wir müssen ein bisschen mit gedämpfter Stimme reden jetzt noch. Zumindest so bis, ne ja, halb zehn. Weil meine Freundin schläft noch. Sie muss nachher wieder auf Arbeit, deswegen soll die auch noch weiterschlafen. Sonst kriege ich wieder ein Besen auf den Ranzen. Mit was? Sonst kriege ich wieder ein Besen auf den Ranzen. Ne, die Antwort wäre zu Recht gewesen. Ach so. Laserkrilleg, die liegen mir immer noch im Knochen. Schwede Moin. Nee, wir müssen noch in den Pit rein. Aber das Gute ist, von den restlichen Stunden fährt Michel die meiste Zeit jetzt. Das heißt, äh, unterstellt sich. Connex, Moin. Ryder, Moin. Moin. No pressure, please. Moin. Nee. Na ja. Selbst in deiner beschissensten Zeit wärst du so schnell als Bier. Also, ich sag mal ganz ehrlich. Also, es ist noch drin, dass wir eventuell sogar... ...zwanzigster werden. Wollte sagen, das ist unser Ziel. Das wär krass. Also, wenn wir das noch machen, das wär krass. Also, nenne mich wirklich mal eine deiner Socken als Grillanzünder. Okay. So ne gute Wurst hast du dann noch nie gegessen. Bleh. 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 Michael ist gestern beim Warmfahren mit vollem Tank 1,58,9 gefahren. Am Arsch. Hört auf, alles zu verraten. Am Arsch ist er das zu verraten. Aber nicht mit vollem Tank. Photoshop, sein Vater hat das wahrscheinlich gemacht. Aber wie lange bist du noch draußen? Äh, sieben Runden. Okay, bis klar. Sieben Runden. Naja, ich bin mit dem Beuys. Weiß. Aber danke. Ewa, ja, wollte ich nicht sehen. Oh, sieh zu, dass du... Lina Auto und morgen. Lina Auto, okay. Was ist das eigentlich für eine Automarke? Was? Na, Lina Auto. Vielleicht, das heißt sie Lina und fährt gern Auto? Das könnte sein. Mhm. In Wirklichkeit heißt aber bestimmt Selina. Ja, wahrscheinlich ist es mal eine ganz steile Theorie, aber wahrscheinlich wird sie sowas im Endeffekt heißen. What? Ja. Okay, ich muss wirklich erst mal wieder reinkommen. War nicht richtig wach irgendwie. Tschüss, Mutter. Was ist das? Äh, Lovelies, da muss ich dann mal nachfragen. Also ich kann das nicht alleine entscheiden. Was denn? Ob wir das veröffentlichen dürfen. Also Setup. Ich hoffe, das muss Ray fragen. Angelina heißt sie. Angelina. Ja, und sie mag Autos sehr. Mag ich doch. Man sieht, du bist noch nicht so lange in diesem Streaming-Game drin. Du hast noch nicht eine Milliarde Namen gelesen, um deren Bedeutung zu verstehen. Viel, du musst noch viel, viel lernen. Sehr viel. Ich bin doch, ich habe doch noch Zeit. Ich bin doch noch, noch circa zehn Jahre jünger als du. Nee. Nee. Ich kann es. Passt, sie ist 60. Ja. Ich bin gestern 60 geworden, deswegen haben wir ja auch so viele Zabs bekommen, zum 60. Geburtstag. Damit ich mir endlich die vierten finanzieren kann. Was willst du finanzieren? Fiat? Die vierten Zähne. Ja, dann hab nicht einen großen Mund, da komm ich rum, da brauchst du dann einen fünften, mein Freund. Da hat der Kleine schon wieder ein bisschen im Kraftheftchen gelesen, als er eben grad kacken war. Wieso sollen denn meine Katzen 40 Jahre alt sein? Das verstehe ich nicht. Meine Katzen sind 5 und 6. Also zumindestens glaube ich das, dass sie 5 und 6 sind. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht so sicher. Ihr dürft nicht so schwere Sachen mit mir machen. es ist frühmorgens und ich bin kurz vorm ins Bett gehen. Okay. Ist nichts mehr mit logisch denken. Die existiere gerade nur noch. Das liegt am Alter. Wir haben ein bisschen. Du sagst. Das liegt am Alter. Wir haben ein bisschen. Ich will. Aber 23 müssen jetzt erst mal ausreichen. 23 müssen jetzt erst mal ausreichen. Michael, du solltest dann so langsam hier mal auftauchen. Ah, beredet dich. Ja. Mit Reifendrücken am besten. noch circa drei bis vier runden langsamer die reifendrücker anfangen in der box sagte schwarzer weite du blöder sagt ja du pisser ey du kleiner pisser richtig frech richtig frech wir lassen aber einfach noch jetzt kommen wir ins bett man ich bin genau so wie in dem 24-stunden-detoner da habe ich überhaupt nichts gemacht ja und morgens als wiederkommen ist ich gehe jetzt aber schnell duschen war eine halbe stunde schaffst du ja noch komplett im eimer gewesen noch nie zwei stunden am stück gefahren schon die dritte angerissen ja eine halbe stunde schaffst du aber geht dann los jetzt hier gibt den ersten 627 620 626 626 was hast du da hingeschrieben hat ja ich ich brauche mal den luftdruck von hinten rechts der ist 26 2 6 2 ist voll reifen neu habe ich ausgewählt jetzt muss ich nur noch die kurve bekommen also 6 27 26 26 26 26 ich denke das ist korrekt gott wer aber da sehen ok chat ist jetzt schlafen ich bin jetzt noch mal eine stunde schlaf für das finale für das grand finale mit packen und trompeten aber sehr close zur wand ich habe ein gutes verhältnis so dann prime dich mal ins bett ja richtig schön mit der decke zusappen dann schläfst du auch ich träum von dir daher bis dann tschüss ich hoffe wir sind auf platz 20 dann das wäre schön mir looking platz 20 halt schon noch eine runde vor uns noch circa zwei runden so wir müssen erstmal ganz kurz wir müssen nochmal schnell mit dem spektäter passwort rein damit wir hier nicht in fickereien kommen ich bin zwei stunden wieder da chat und denn es hier festival dann haben wir alle giveaways noch raus dann hauen wir alle giveaways noch raus und machen weiss der geier was wir da machen bin ich da auch hoffentlich nicht am fangen ich mach das genau wenn du giveaways machst ach wenn ich giveaways nein halt die schnauze mit dem fest ich geh jetzt bis nachher ich wollte auch mal so eine coole mütze haben du hast doch bestimmt gar kein mützengesicht oder habe ich auch nicht aber aufzeichen will man eine mütze haben absolut bekloppt sehe ich damit aus okay chat wir sehen uns in der stunde oder zwei wieder 10 uhr 30 nee 10 10 ist gut ne danke scarab ja 10 Arschloch so bis später bis dann und die sie kehrte nie wieder einfach bis dienstag durch geratzt aber ich bin jetzt dauerhaft am schlüssel alles klar ich bin für dich da die letzte runde gleich wir wissen wie das mit dem maus starten geht ja ja einfach drei sekunden bevor man runter gelassen wird also runter starten oder vier sekunden vielleicht genau das gehört mach mach einfach wie und die gelöst wollte die videos gestern wird letzte runde manu hans vielen dank für deinen follow ach ne manu Hase Löschi hat auch reingefolgt vor 10 minuten und Nebio auch Crazy Butcher auch bei youtube wird es schon aufgeladen scarab ich streame immer noch auf youtube aber halt private dass wir die VUDs dann auf youtube haben wir müssen dann nach dem stint und mal einen kurzen break wieder machen weil youtube macht nicht mehr als 12 stunden so ein quatsch quatsch enter Osterei Moin gut geschlafen Alixma Moin ich bin aber sowas wie im sack gestern ich auf Lisa warten durche kam halt erst halb zwei nach hause und ein eigentlich also eigentlich sind das ja alles normale fahrer wait for also meiner meinung du willst du schon wieder ganz wild am botten dackey grüß dich gut morgen ja ich komme jetzt rein jeder mal schnell alles klar aber gut gemacht aber ok da stand neben reifen ok direkt hoch scheiße mein arsch tut weh 15 5 4 3 2 1 go doch nicht nein da geht es wieder aus ob seine bb auf 53 prozent gestellt perfekt dankeschön sehr gut aufgepasst oi da war eine handgelenke tun weh so dann teuer teuer michael was machst du jetzt ich würde mir kurz eben zwei stunden schmieren und was essen aber wie zahlst du das esse ich dann hier davor also ich bin vielleicht so fünf minuten weg ok schmier die ordentlich weil ohne gute schmiert schmeckt richtig dann lass dir zehn minuten Zeit ok bis gleich gleich so chat so michael ich das ist ja ja ich mach schnell weg 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 Das ist Bratwurst, Wasserkocher. Ne, jetzt nicht mehr. Also sicherlich, im Training würde ich das mit Sicherheit hinbekommen, aber ich riskiere das hier nicht im Rennen. Dadurch, dass wir jetzt so weit vorgekommen sind, werde ich das nicht riskieren. Mal gucken, wie die Reifenbrücken sich jetzt entwickeln. Ich hoffe, die sind dann so, wie wir es brauchen. Anni, moin. Oder Anni. Oh, die Sonne. Alles klar. Ich werde es mir merken, Anni. Ich werde es mir merken. Ah, Luftdrücke vorne könnten etwas höher sein. Oder wir müssen die Reifen mehr quälen. Coletti, moin, grüß dich. Was ist mir nicht mehr. Also ist mir nicht mehr. Was ist mir nicht besser. Was ist mir nicht mehr. Ich werde es mir nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Reifendrücke vorn passt überhaupt nicht. Das ist nicht gut. Ah, wir sehen Platz 25. Ich weiß auch warum, weil ich glaube ich im Training die Bremsbalance nicht nach hinten gestellt habe. Deswegen stimmen die Reifendrücke nicht. Nein, egal. Das ist nicht gut. Ja, kann du andere Frau. Perfekt. Gelbe Flagge ignoriert. Aua, 14 Sekunden Schaden. Ich habe jetzt nicht auf die Karte geachtet. Scheiße. Hey, das hat jetzt nichts mit dem Quatsch zu tun. Ich bin einfach noch nicht da, um die ganzen Informationen, die mir die SIM gibt, aufzunehmen. Wir gucken mal, wie sich das jetzt in Rundenzeiten auswirkt und dann sehen wir weiter. Ja, ja, also die 20 Minuten müssen wir jetzt definitiv noch durchfahren. Guck mal, wie sich das Auto jetzt verhält in den schnellen Passagen. Ich hoffe, es lebt noch. Ab 14 Sekunden sind halt schon heftig. Bis zum nächsten Mal. 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 Also es geht, ich denke, wir werden den kompletten, also wenn das, wir beobachten das jetzt noch die nächsten zwei, drei Runden, aber ich denke mal, wenn sich das weiter so fährt, werden wir das vorziehen mit dem Sinn, Top Speed, na gut, wir haben jetzt ein bisschen Windschatten, was zur Hölle, wann bremst denn der, oh Junge, Alter, das war jetzt ganz schön eng, da hat man fast getötet, gut, dass er da aufgemacht hat, ich hatte aber extrem früh gebremst, der lang centered Die Hand глубmez denn das? Ich weiß nicht, ich bin immer, Berachen, glaube ich, Untertitelung des ZDF, 2020 So, auf geht's jetzt. Ich muss was noch mit dem Bentley machen. Wir haben ein Bentley vor uns, ein Bentley hinter uns. Okay, der hinter uns hat sich gerade erledigt. So, bin wieder da. 14 Sekunden Schaden, aber. Okay, was ist passiert? Ja, nach Dipper stand einer links an der Wand, ich konnte nicht mehr ausweichen. Also ich konnte nicht ohne ausweichen, hab ihn aber trotzdem mit der Seite erwischt. Ah, shit. Ja, aber es scheint nah alles, was geht zu sein. Okay, gut. Und Luftdrücke sind zu niedrig. Oh. Auf der Vorderachse. Ich weiß auch warum. Weil ich beim Luftdrücker rausfahre, meine Brems war lang, als ich nach hinten gemacht habe. Ah, okay, verstehe. Ja, es ist對吧. Ja, ich bin er Kolleginnen und αν. Hallo? So. Oh. 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 Butas inhibA awak. Oh. Oh. Nee Kapu, den machen wir jetzt nicht schon mal. Vom vorigen Chat mit dem FBI geweckt. Vom vorigen Chat mit dem FBI 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 zuvor am entry zum berg bei 27 0 gesnackt aber auch wieder hast du schon eher gefremst und da verzögern die trotzdem so übel also die anderen jetzt eigentlich damit gerechnet dass er da locker noch vor mehr reinkommen da ganz wild rumpel einfach reingerumpelt das fbi kurz beim beim ersten klopft ja 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 fett ja so wie weit ist jetzt platz 23 noch weg gar nicht in derselben runde belassen mk habe ich doch vorhin gesnackt war die noch nicht an der box 36 sekunden bis auf platz 23 die 14 sekunden sind halt das scheiße mk fährt er dreier zeiten manchmal auch vierer zeiten also ich habe den vorhin gesnackt bevor ich dann die box gegangen bin habt ihr bremsen schon gewechselt ja ja die wurden gewechselt was ihr keine sorgen machen er fährt mit 14 sekunden schaden rum und trotzdem noch nicht nur 1 8 ok um und 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 Vielen Dank.